Yo, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, live and direct, Saviors Wunschkonzert ist wieder am Start. Diesmal mit Mandy Grace Capristo, Thomas Anders, Gregor Meile und Kai Wingenfelder. Alles live, spontan und ohne Netz und doppelten Boden. Die härteste Live-Bühne Deutschlands. Alter Schwederhäufel, reich. Saviors Wunschkonzert live am 6. Oktober auf Sky One. Auf Wiedersehen.